Ja, okay. Genau nicht der Beruf Näher, sondern... Wen hast du grad Näher genannt? Kann das sein? Wen hast du grad einen Näher genannt? Hä, Näher gibt's den Beruf? Ich dachte, das heißt Schneider. Ja, wahrscheinlich heißt es Schneider. Ist doch irgendwie sowas, oder? Ja, komm, glaub... Oh, komm, glaub... Hört ihr doch das gleiche raus. Ja, ich glaub, die fachliche... Scheiße, die fachliche Genennung ist Schneider. Ach so. Ja, ich weiß nicht. Ja, gut. Der Schneider schneidet's und dann näher näht's. Ja, macht Sinn. Ach, macht Sinn. Och, da macht aber den Mongosprung. Der Mongosprung. Wackel, wackel. Wacker, wacker, ey, ey. Ja... Ja... So, das ist mit Hass. Und du... Du mir leid. Ich spring einfach mal... Nee, ich spring hier bei dir im Level rum. Ach so, das ist auch noch mein Level. Verdammt. Ist das dein Level? Ist das dein Level hier? Komplett? Ja, komplett. Mit... mit Challenge. Mit... mit ganzer EU. Mit EU. 20, 30, 1000. Pipp, pappo. Oh. Okay. Och, Manu. Inkompetenz lässt grad grüßen. Da... Macht dann nix. Ja, natürlich. So ein... Mongo. Ja, und jetzt erstmal wieder fünfmal... den ersten Sprung verkacken und dann... Ja, natürlich. Dann bist du am Arsch. Ja. Dann bist du am Arsch. Dann bist du am Arsch. Ja. Dann bist du am Arsch. Also, Matze, ich wäre jetzt dafür, wir nennen den Sprung. Also, so ein Sprung. Es gibt ja diesen normalen Vierer-Sprung. Ja. Und dann gibt's ja noch den... den Sprung da, wo drei lang ist und ein nach oben. Ja. Wie wär's, wenn wir den einfach drei plus eins Sprung nennen? Ach, ja. Gut, das ist ne gute Idee. Weil... Immer sozusagen, ja, dieser scheiß Dreiersprung, wo man dann noch eins hochspringen muss. Ja, das hört sich kacke an. Also, drei plus eins Sprung. Ja, drei plus eins Sprung. Hammer geil. Dann wissen wir das jetzt auch. Ja. Ich hasse sie. Ja. Oh ja. Oh. Ich schnette Leute. Ja. Ich weiß. Ja. Ah. Alter. Alter. Ja. Mich schickt gerade noch ein bisschen der Pop-Schutz, weil der so ganz bisschen im Sichtfeld ist. Also, er nimmt mir etwa, ja, fünf Zentimeter vom unteren linken Bildschirmrand weg. Okay. Nein. Wie man vielleicht hört, ich hab jetzt... Es hört sich jetzt ein bisschen besser an, weil ich das Mikro ein bisschen eher an mir dran hab. Oh ja. Auch nur ein kleines bisschen. Schon ein kleines bisschen. Oh ja. Komm, Matsu kriegst du hier so eine Muu. Nö. Will ich... Alter. Muuu. 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 Scheißku. Muuu. Aus dem Grund möchte ich die nicht. Tja. Tut mir leid. Ähm. Ähm. Äh. Elsa. Elsa. Ja. Super Name. Da sind schon wieder alle. Ich hab alles voll mit Leder und... Ja. Du steh' ich auf Leder. Ne. Du steh' ich auf Kletter. Kletter, ja. Auf Kletter steh' ich. Ne, also nicht auf Kleber, ne? Also... Jaja. Das sagt er jetzt. Aber dann im... Geschäft morgen, da schnüffelt er wieder dran. Ja. Genau. An dem... An dem Industriekleber. An dem richtig krassen, ja man. Nicht diesen Uhu-Kinder-Scheiß, ne? Ja. Sondern der richtige dann. Ja, Mann. Der wohl dampft, wenn... Wenn er da in die Kleidung kommt. Ja. Und deine Kleidung zerstört. So geil. Da kannst du ja einfach in zwei brechen. Ja, Mann. Und sobald der Kleber irgendwie mit... Irgendeinem Stoff, also... Also nicht... Stoff in dem Sinne jetzt von... Irgendeinem Metall oder so, sondern... Also wirklicher Stoff. So Baumwolle oder so. Ja. In Verbindung kommt. Fängt es an zu rauchen und der... Wird einfach bloß hart wie Sau. Und dann kann es gerade auseinanderbrechen, das ganze T-Shirt oder... Lappe oder was auch immer man benutzt. Lappe. Lappe. Oder man benutzt... Warte, man benutzt... Ne, ich bin Lauch. Ach, stimmt. Außer man benutzt natürlich sein T-Shirt als Lappen. Dann... Ja, das ist äußerst ungeschickt. Äh, un... Was ist dumm. Ja. Fangen wir so wie es ist, brauchen wir gar nicht lang rumschwitzen. Das ist blöd. Ja. Ui. Alter. Ja. Mal wieder fünfmal jetzt den ersten Sprung verkacken und danach... Irgendwo bei den Leitern wieder runterfliegen. Ich weiß nicht. Ich schaffe... Ich schaffe immer den ersten Leitersprung. Schaffe ich. Beim zweiten... Dann schaffe ich dann nicht. Boah. Hammergeil. Alter. Wo bist du? Unten. Oh, da. Ich zeig dir, wo die Leitern sind. Ja, ja. In Form von Kühen, ne, gell? Was? Das sind die Katzen, die Moon, ne? Ja. Diese Ocelotte. Ja. Muuu. 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 Die Katzen macht Muuu. Muuu. Nee, nee, nee. Das ging anders. Die Muuu ist ne Kuuu. Die macht nicht einfach Muuu. Doch schon. Muuu. 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 So, was haben wir denn noch Schönes für den Matze? Über was könnte er sich denn freuen? Muuu. 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 Oh ja. Das ist mein Beste. Muuuu. Muuu. 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 jetzt hast du drei charlis du hast den voller hochgeschlagen so ein cheater stirb jetzt ertrinkt er dann gut so scheiße typisch ein hat anderes gesprungen der will auch mitmachen die eine kuh ist da runtergegangen ich glaubst du nicht auch die auch das kann jetzt muss ich sterben die zwei villager alter das gibt es doch nicht dieser kaktisch da habe ich wohl ein gold plack abgebaut zerstörst du wieder alles ich doch nicht wann habe ich hier jemals was zerstört auf dieser karte siehst du gefällt nichts ein was das ein sprung geschafft ohne voll voll krass alter kranke scheiße lol wieso 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 erstaub direkt direkt weg digga was komm schon jetzt ne glaub ich nicht ne 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 stellen kriegt den mongos sprung hält hat mich aber auch gerade runter gehauen ich bin drüber gerutscht